Hey Leute, was ist denn hier los, Alter? Guckt euch das mal an. Ist wieder ein Like weniger. Ist genau das, was ich euch vorhin in dem Video gesagt habe. What the fuck? Es waren 21 Dislikes oder 25 ungefähr. Das seht ihr in dem Video PV-Speicher. Hier in dem. Da seht ihr die... Guckt euch das mal an. In der Zeit, wo ich jetzt hier sitze und die zwei Videos jetzt hochgeladen habe, ist wieder ein Dislike weniger. Das ist genau, was ich gesagt habe. Die drehen jetzt das Dislike-Verhältnis. Auch wenn ihr natürlich, vielleicht ein paar von euch werden ja liken noch, dann dreht sich das Verhältnis und dann hieß ja Action, was laberst du für eine Scheiße? Du kriegst ja einen Shadow-Bahn reingeballert über Nacht, sag ich mal. Dann werden die Dislikes wieder weggemacht und dann steht ein normales Verhältnis, normale Aufrufe und ja, das interessiert halt keinen. Das ist halt scheiße. Meine Videos sind halt scheiße. Ja, YouTube, aber what the fuck. So, ich zeig's euch jetzt nochmal, dass ihr euch das Video nicht angucken braucht. 14 Dislikes. Heute, aktuell, jetzt hier die Uhrzeit. Und das Video habe ich ja gestern... Ne, Quatsch, vor einer Stunde. Vor einer Stunde hochgeladen. Guckt mal. 15. Genau, wie ich euch gesagt habe, die tun das jetzt... What the fuck, aber. Da, was wirklich Cova war. Ja. Vielen Dank.